also irgendwie ist es nicht gebraucht es stimmt Händen fliegen auch zwei Steine die Fliegen überall Steine rum aber auch wohl die Map eingestellt für die 1.5.1 nein nicht viel aber für die 1.3 neu erstellt 1.3 ah das sieht doch mal schön aus sieht so nicht richtig geil aus aber was heißt 1.3 Leute 1.3 haben die Map bestellt also so alt ist die eingestellt Achso das ist eine Singleplayer Map ich hab halt gedacht das wäre hier Multiplayer du und der Ding das ist auch ein Multiplayer ah ist das nicht Singleplayer Map das ist die Singleplayer Map ja das ist die Singleplayer Map wir sind die Gaster oder früher war es die Singleplayer Map und das ist die Multiplayer Map ja wir waren ja früher immer als Gast da na los ich bin als Gast da komm Wühlachs hab die die Fackel genommen oder was komm Wühlachs wir gehen hoch Wühlachs gell ey mach dem halt zum Bett klemmes und dann geh mal schlau ab ich hab'm Bett na komm Alex wie genug zu unseren Betten meine geilen Pussybude wir haben übelst die Assibude alter bei uns läuft die ganze Zeit Apple RTL alter mitten im Leben alter oh lol hier ist ein Creeper oh lalalalalalalala aber wir spielen halt mitten im Minecraft Leben mitten im oh oh Gott alter das ist mir zu hell ich hab's aber gesagt ich stehe mal das ist gut so mein Bett wo soll ich mein Bett ach du schon oh das ist echt ein bisschen dunkel aber das bringt mir kann man schlafen gehen Mensch ja ich war der Befahre zu um das Moment ich muss mich in durch die Hohle 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 also ich will nur sehen für das Haus explodiert nein das war im spaß jetzt könnt ihr endlich mal 1 warte und zwar in 3 2 hier ist zu so eigentlich umsonst ah ich hab vorm Dennis gekönnt also aber alles liegt am Dennis OMG Alex Alter der Fluss der Gäste war auf der Scheiße das geht um ein Wettbewerb aus nein Lohrlstag Höherl Hüftel Lärmste Pagnes an der Porto Ege wird jetzt auch in Wettbewerb war das einfach und hat sie da das war er gebrochen sein der wochen geladen die Sitzung ist klar so dass sie sich an den Machen vor Ort nur klar das muss man es mit Holz aus kleinen Händen des Katzen Aachen ich hätte mal den Clemens da unten seitdem die Bau auch vor die Katrin Hacke Spenden Spenden Anniere das stimmt Scheiße ich bin der Glaviatra um wenn ich aber schon wie er ja eine Bäume und es ist es ist ja immer so zu springen das schafft man nicht das ist Clemens Abendspende ich war es regelmäßig wie Agra an Penner wie das ist wieso kann ich dir das glauben Alex weil ich so ein geiler Typ bin zu dritt ist das Let's Play doch gleich viel lustiger ja und auch der vielen tiefer im Niveau ja welches Niveau es gibt keins genauso wie die wie die immer sagt der Gedankengang habt ihr verloren und ich dann so mit der Gedanken der hat erst gar nicht angefangen wie kann er dann verloren sein Alter ey ne ich hab mich frag ich mich beim Clemens manchmal auch ja das war heute so lustig ist das schreibe ja Lachfleisch vor der Wind da hinten ist ne Kuh ja ich brauch das Leder guck da sollen wir die Herrloch mit Weizen das war keine 3 ich hab Weizen ey Chatmanica ja du kannst du mir mal ein bisschen Holz holen ich will den bisschen Holz kommt das brauchen wir selber noch ja aber da kann ich dir dann gebe ich euch nämlich die Kühe weil die Zeit wo ich jetzt hier verbrauchte Holz brauchst du denn nicht viel 20 kann ich dir geben hatte ich stehe so ich habe oben oder ich habe ich habe man das wird das wird auf dem Weg unter auf Konkur jetzt kommen doch scheiß viel Mann es hat keinen Bock die Kraft der möglichen Buch Prozent Leder 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 du brauchst ein Leder und drei so scheiß Zucker Ding Zucker ah ja gut ja äh brauchst du ne Truhe bei dir? ich brauch schon mal ein Zaun Gehege ach hier hast du ja ab nochmal für das Holz wo bist du brauchst du Holzkleben ich brauch immer noch Holz aber ihr könnt schon mal ein Gehege bauen weil ich hab zwei Kühe die zieh ich jetzt grad her ein Gehege oh da brauchst du mal Stöcke und Holz ja gut und das Holz brauchst du nur für die Gehege da sind nur noch Zäune und ich brauch Dings da sind dann noch Zäune drin man in dieser scheiß Tour ja scheiß denn hinbauen keine Ahnung irgendwo auf dem Platz oder da ist halt so hügelig ist das ein bisschen schwer ach ich mach es einfach da unten hin hier macht es direkt hier hin ach ich muss ja noch in die Tour gehen scheiß drauf doch ich na ne ach Achtung jetzt ich bau mal wieder hier die Bäume ab alter wirklich die Kühe sind mir grad sowas von Pisse egal man alter mir aber nicht oder baut es da unten hin weil hier sind jetzt die Kühe ey mal ehrlich nicht ist ist hier der Sporn ja oder das wollte ich ja grad machen wie macht man noch mal so eine Sorge kriegt man ein Traum ist wirklich viel dafür für seine Leistungen wieso bauen wir einfach nicht die Kühe mit Erde ein was das gerade macht ich mach ich immer noch mal ich würde gerne noch da ein bisschen ficken aber da wird man der die Mata rein schubsen die dumme Kuh ja du kannst hier so reindrückt ein ja guck der eine Kuss drin ja und die zwei jetzt macht zu nein scheiß Co hallo Szenen Szenen ja scheiß Co wo denn ein tierfreundliches und tierunfreundliches Gehege waren wir bauen gar kein Gehege, wir bauen die mit Erde ein ja wir alle tierunfreundlich scheiß du komm wir bauen Tivitz scheiße ein ähm ja die eine Kuss hier schon drin so 54 ja und die zweite muss auch irgendwie reinkommen äh ja und wie hast du Weizen? dann geh mal her der Lockheer Schmerzen geht dann rein nein du bleibst drin so komm nein 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 und die zweite muss jetzt drin wo bist du ja und die andere ist jetzt auch weg die Sitz hier oben lockt die mal um wieder hin wo ist die heute will die auch weg ja du musst es darum zu machen Mensch ja ich hab keine Erde mehr so Sticks warte mal du ja jetzt jetzt reagieren beide Kühe ok 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 ich hab noch kommen die hier in die raus so ich hab hier wieder 10 Erde alter jetzt wenn einer schnell da reinmachen wollte ich könnte da reinmachen also schon mit Scheiße eingebaut ja ich sag's nur ist es so ich glaube die Leckende und die die Leckende und die die Leckende und Zeugen es hat vierter Gebrauchte wie es aussieht wir wollen die Blutmacht wo die Konkurrenz gut da war gut wo wo wir haben sie nicht und die 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 jetzt sind schon gepostet die raus die Pelle aus der Nähe ja gibt mir jetzt mal Holz und was weiß ich nicht mehr ich habe Lieder Leute wie komm ich jetzt her hier ist der Zoowerter jetzt macht es zu einem Holz jemand Holz das geht mal was okay es reicht der SZ Züge deine Macht mit dem Diamantschwert nicht gleich aggressiv Leute die Kuh die Straub Nö HH er hat jemand Weizen wo baut ihr euer Scheißhaus hin Achter oben oder ja habt ihr Weizen wollt ihr das da oben hin hat jemand Weizen ich hab kein Weizen ach Leute dieses Niveau das ist das so wie kraft ist man jetzt doch mein Ding das Heißleder Papier Leder ne Papier Leder Papier der Stadion aus Holz machen wer dafür bräuchten wir zu kommen das ist noch da unten abbauen die die über den Mann sogar wo ich habe mit das Leben das ist ein Rollstuhl zu kommen aber er kann ich nicht weiter ich bin die Prozent der Sektoren ich hab dich doch lieb so wie und wie macht man sich jetzt noch mal Papier um zu sehen zu haben Papier einfach sogar 3 Zucker war das doch nicht gut sitzen hier weiß ich wie das aussieht Elie du musst 3 zu können die Niedermord ja doch du musst 30 Euro nebeneinander abtürt so und jetzt sind die Bade für Papier Nieder und Lieder ist es nicht um wo ist die dritte Kuh Lohens wie macht man sich im Buchleiter ein wo ist die dritte Kuh er der Tegelst es existiert nur zwei um es können wir noch in Zucht treibend ist er ist er wird das in den Betrieb abzutage geht es Heddy Heddy macht man sich jetzt nur ein Bücher er jetzt drei Projekte an der Kuss auf die Kette Kuss auf die Kette Kuss auf die Kette Kuh Junge du musst 3 Papier übereinander machen und ein ich denke ein Weizen kann er eigentlich zu finden der Eichwander da so in der Mitte treiben an der Unternehmens die Städte das ist es hat jemand wie sieht es scheiße aus die Gäste aber es ist drei übereinander und nebendran jeder in der Mitte es ging sich es geht mir schnell ab und immer ich brauche Essen ich brauche Essen weil ich jetzt muss gleich weiter so ist vielleicht so hab ich ein das hast du nicht davon stirbst du zu spät scheiße der Gäste durch um ein und kann man sich nun ich muss es wissen und die ich jetzt war schnell in den Charakter machen und und dafür brauchen die Euro haben ihn musste auch aber spielen jetzt nicht aus das Schiedsmappen einfach sprichst von Clemens wie gegen den Schatten geben Eikon Kno um und Knochen ja das ist recht jetzt in ein Haus ein das ist mir relativ Acker ist auch auf der Herzer getrennt aber gerade noch haben wir noch nicht hatte ich auch schlechtes Bett es ist das nicht Schatten bis der Zeit mehr als ein Boden Mensch geschaffen ist auf dem Boden in Europa in der Welt immer mit einem Leben so er ist jetzt immer soll jetzt was ist es nicht schlafen geht damit wird es was vorhin passiert passieren kann und das wäre der Prozessor seine perversen Bedürfnisse dafür hättest du vielleicht wie er bleibt aber nicht in Minecraft ich habe aber die dass du dann an mir ausleben wird Nö deswegen gehe ich hier vor dich vor dich ist es wieder kurz vor okay wir einigen uns auf zeitgleich aber was hast du denn hier gemacht mach mal zu eins reicht gell aber oben ist es genug eins, zwei, drei oh genau mein Bild Schatten zu kipp haha guck so 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 Vielen Dank.